Was? Ernst? Ernst? Was? Alter, nein. Es geht zu weit. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Ich sag immer, neue Folge von mir. Also fast damals. Mein eines Video wird gerade hochgeladen. Ich stehe jetzt einfach so eins hintereinander. Vielleicht dann noch was. Vielleicht dann noch was. Vielleicht dann noch was. Und dann bin ich einfach um die Welt gegangen und hab mir nicht mit dem Penis gefallen und dann nicht gestoppt. So in Flaschen, wo Pipi ist. Hab ich dann einfach mal so gesehen, hab so... Ja, das könnte man auf YouTube-Pipi-Pisse. Ähm, ja. Äh, in meinem anderen Video... Oh, warte. Alter, mein Hund geht weg. Ey, das wird so dünnhaftes. Mann, Mann, geh mal weg. Ich hab doch keine Ahnung, was er vorhat. Hä, ich denk... Weiß nicht. Wo geht's nicht immer allein weg? Es schnippt nicht was. Okay. Weiter geh ich gar nicht. Alter. Nein, Hund trotzig. Ist das... Alter, Mann! Alter! Mann! Was haben wir hier gebaut? Äh... Warte. Ist jetzt gerade... Ich weiß... Okay. Ding. Ähm... Was kommt bei mir? das ist voll der Schäsepäse das schuppte Wasser Jolo mein Hund ist ein Mädchen man hat mich nicht vorgestellt aber jetzt bin ich auch in Polen also ein guter Unterschied das ist so ein alter Mann und er hat es so gemacht hat dann so gemacht dann hat er es so gemacht und dann hat er es so gemacht und dann hat er es so gemacht also ich wurde noch nie frisch gestylt das ist halt doch so ein witziger Witz also mein Geschenk also mein Geschenk hat mir was und dem ich habe gestiegen das ist ein Witz die Bedrohung die Lösung sage ich euch gar nicht hey du du hast mein Handy bei mir vergessen hallo ja ok dann halt nicht ok nicht schmierig 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 ja das war schon ein bisschen balle balle aber das war kein einziger Peck schmierig schmierig h san schmierig schmierig sk schmierig die diese das ist es ist Klappi und KS. Klappi und KS. Klappi und KS. Ähm, ja, vielleicht geht ihr mal wieder. Vielleicht rutschen wir gerade. Vielleicht. Ah, okay. Ah. Ah, dieses ist ein Haar hier drin. Guck. Ich bin einfach mal dagegen. Seht ihr das? Seht ihr das? Wo müssen wir doch ein Nagel sehen? Hier muss der sein. Irgendwo muss man das sehen. Irgendwo. Weißer Finger. Also. Ähm. Ich wollte euch mal sagen, Fleisch durch Lips Place, wenn es aus meinen Händen geht. Äh, da mache ich von gleich auf Plans. Äh, nee, geht leider nicht. Clash Wives bei einem Clash of Clans habe ich schon begonnen. Ich bin schon sehr gut. Ähm, Dings, mein bester Spieler bei Clash of Clans bin ich ein Dings. 38. Und wenn ich alles lösche, ähm, ich kann den Clash Wives. Habe ich vielleicht sogar gedacht. So. So. Ich bringe nach Gana Schokolad als Puderspruck. Mase mal leise. Äh, 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 äh. No. Ja, Alter, ich bin auch so. Ja, verhebe dich. Bitte, Dings, ich bin keiner mehr. Freu mich. Das weiß ich. Also, das ist so peinlich für mich. Das ist so peinlich für mich.